moin moin leute wir sind wieder euer flo und nico ja wir spielen jetzt hier wieder ich soll jetzt den überwacher machen oder was ok jetzt ist nämlich den irgendwo oben über du bist über mir ja oder kannst du dich denn bewegen ja ja bewegen kann ich mich hast du auch mit gast auch ein gewehr oder so wird thompson warte 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 ich guck erst mal explodiert hier immer sind wahrscheinlich geschossen oder so aber irgendwie muss ich ja hier runter kommen oder nicht also diese einschläge den jahr gehen aber hier kann ich runter hier ist sogar munitions kiste jetzt habe ich ein ganz anderes sniper jetzt habe ich muss ziehen agant das ist jetzt besser eine ahnung was jetzt besser ist ich habe auf jeden fall die puzzle kannst du die ausschalten vielleicht wieder wenn das geräumt recht weil ich habe keine sniper was lol ich habe doch während während der krach war mal nie ich wurde entdeckt was so die�� split entdeckt jungen alter wie genau die zielen können du hast es halt schwer gemacht ich sehe aber kein snipper irgendwo irgendwo ist einer im haus da ich habe ihn gesehen ich habe ihn ich habe ihn das auch sehr schwer zu und da 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 ist einer tod oder vielmehr auf dem boden stopp dir dein scheiß maul siehst du mich da oben bin ich also du möchtest mich eigentlich gleich sehen oder ach da ja da ist er kleine die schüsse gehen durch er wäre auch scheiße was jetzt das muss man mal tap finde das feindliche funkgerät und zerstöre ist ich weiß krass wie viel ich glaube wir machen das einem viel zu schnell obwohl das gar nicht so machen müssen ach es geht schon richtig durch junge er da drin bist du auf dich allein gestalten ich kann jetzt nicht bei sind kannst du nicht raus ich muss hier oben bleiben ernsthaft ja also ich habe bis jetzt noch keinen weg gesehen runter springen ja runter springen genau wie die spider-man oder alter ingo ist hier schon wieder ein trick sniper alter ich bin gleich sowas von fertig so springladung okay ich habe springladung dran oha alter fuck jung ich wollte den ich habe den so krass im visier gehabt ne der war nur schneller mission fehlgeschlagen was ist denn los mit dir der war der war schneller dran ich hab sein ich hab dein scheiß wie sie gesehen alter so wo ist der jetzt dieser wichser jetzt ist auf einmal nicht da als ich könnte kotzen pass auf hinter dir was alter überfahren die fast da ich hab den scheiß nach wieder im visier alter junge alter du musst echt abhauen da wieso weil da jetzt noch alter da kommen so viele lkws auf dich zu ne alter jung ich krieg den scheiß sniper nicht wie du kriegst den sniper nicht der ist hinter so ok hab ihn der zeugt keinen kevin mehr jetzt weiß ich warum hier so viele munitionskisten sind das weiß ich jetzt so nahmählich auch nice nett das habe ich gesehen ja immer so lahmarschige scheiß sniper schon wieder auf was hast du das gestellt ohne scheiß auf schwer oh junge da brauch ich mich nicht wundern man kann das ja so anpassen dass halt auch die schwerkraft und so die kugel einen runter zieht ne man kann ja alles mögliche einstellen aber das habe ich erstmal einfach gestellt ja ich merke schon das ist ja richtig easy ja toll jetzt habe ich keine munnen mehr ich habe halt nur die ähm ki schwierigkeit auf ganz hoch aber es muss halt mal ein bisschen actionhafter sein ne so der ist weg mhm so wo sind jetzt die lkws alter gerade kam so viel und jetzt ist nichts mehr los was da oben ja hab ihn warte pass auf die lkws kommen ich versuchte mal während der fahrt komm schon alter jetzt warte 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 komm jetzt lade doch nicht so lange nach oh ist mir gleich wieder tot oder nooo pass auf da kommt einer jungle was ist jetzt passiert kannst du dich nicht mal kill ich hatte das neue Fall noch gehabt waren ja du solltest mir helfen mit der Sniper ja ich hatte noch an der feindliche Sniper ich muss doch die erst mal türen damit ich dir helfen kann Prozent ich bin doch ihr leichtes Ziel Junge der Gipfel Bette über Deckung du hoch ja wie denn wenn ich überall angegreift werde ich bleibe jetzt hier hinten ist mir scheißegal musst du erst mal diesen Dricks Sniper man ich weiß doch gar nicht wo der ist wo ist der Mann Junge der versteckt sich so krass ne bist du jetzt tot oder ja man ich versteh das nicht der Sniper kotzt mich so an das nächste mal mach ich Sniper alter ja du willst genau so enden ne ich ich würde dir ja wirklich gerne helfen ne so warte da oben ist keiner da oben ist er da guck dir oben auf dem Dach ja schön nice hast du ihn jetzt ja ne das war der ja nicht da hinten ist ja noch einer sicher ja da hab ihn jetzt da nimm so jetzt kann ich dir helfen erstmal so warte ich guck mich erst nochmal um jetzt sind da wieder Sniper da oben ja ja gut den hast du das sind so wir sind das ist so zwei liegen auf dem Boden siehst du den nicht da im Haus ja so ok Hilfe wir werden einen gewöhnen Was jetzt gemacht? Du hast ne Markierung gemacht. Ich weiß. So, jetzt ist wieder nix los. Finde und sichere zwei wichtige Schlachtpläne. Du musst zwei Pläne finden. Da ist noch irgendeiner am Leben, pass auf. Ah, der Panzer, pass auf! Aber da ist immer noch einer am Leben. Hm. Ich nicht. Ah, da doch, ich hab ihn. Er war oben im Haus. Gib mir meine Thompson. So, Paulo Muni, aha. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Du musst immer noch zwei Pläne finden. Zwei Schlachtpläne. Yeah. Da! Der ist hinterm Haus, weil ich versorgt mal eben Muni. So. Gut, einen Plan hab ich. Der zweite ist da drin. Pass auf! Ich kann dir da nicht helfen, die scheiß Tür steht im Weg. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Alles okay? Kann ich? Ja. Ja. Ich seh nix mehr. Jaaaa! Dingo, Dingo ist ein Sniper. Irgendjemand sieht mich. Ja, mich auch. Ja, mich auch. Ui, yo. Ich hab nix gesehen. Keiner hat was geworfen. Ich hab ne Explosionen gesehen. Ja, warte. Ich muss mich erst mal erholen, ja. So. Ach da, alter, ein Tigerpanzer bleibt bloß drin. Ich hab ne schlechte Sicht. Warte. Ach, da ist der. Da steht er. Okay, ja. Ich sehn. Warte, ich muss nen Tank erwischen. Warte, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Komm schon. Sack. Nett. Nice. Sehr schön. Und jetzt? Kehr zu deinem sicheren Unterschlupf. Passiert gar nix. Hier ein bisschen Action. Piuu. Ah! Ha ha ha! Ha ha ha. Wie geil, ey! Fliegt den einfach wie so ein Lassersack. Ja, da passiert gar nix. Wie heiß, geil, ey! Weißt du, die geilste sind dein Schaffnirr. Dein Ernst? Wie geil, ey! 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 Wie das aussah! Du rennst da lang. Und dann alle gehen drauf. Zack! Da ist der Panzer, ne? Ach, der ist da schon? Wo ist denn der? Der ist da. Warte, der kommt jetzt. Ah ja, ich seh ihn. Und da ist noch ein Gegner uns. Ja, den mach ich ja fertig, wenn der sich mal nicht bewegen würde. So, der ist schon mal down. Warte, ich muss meine Stellung wechseln. Hilfe! Stopf denn einer den Maul. Ich weiß, ich seh den nicht. Und wenn, dann schießt der Panzer. Der ist sowieso gleich verblutet. Oh, Junge. Warte, 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 ich hab ihn auch gleich chillen. Ah! Nett. Und jetzt bleiben wir in Deckung und rush da nicht einmal wieder durch. Warte, erst noch mal einsammeln. Ich weiß aber jetzt schon, wovon die kommen, aus welcher Hütte. Ja, ich weiß, ich hab alle gesehen, wo die hier waren. Nixens. So, jetzt, pass auf. Ach, die kommen davon an... Scheiß. Siehst du alle. Ja. Scheiße, wie der Sniper. Bleib bloß in Deckung. Ich helfe dir ein bisschen. Alter, Junge, die sollen die Fresse halten. Fresse. Da hinten ist einer. Ja, ich seh's. Da hinten sind auch welche. Alter! Bleib bloß in Deckung, bleib in Deckung. Ja, ich bin in Deckung. Ich hab eine Panzerfaust. So, der ist weg. Ich bin fast tot. Da hinten ist noch einer, siehst du ihn? Wo, wo, wo? Markier den. Hab ich, hab ich. Ja. Ah, der ist die Schranke genau im Weg. Naja, okay, der ist tot. Warte, ich komm jetzt ran. Pass auf, da hinten ist noch einer. So, hab ich auch erwischt. Weißt du? Ja. Warte mal, da kommt einer. Sehr schön. Okay. Okay, und rushen. Ah! 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 Das war ein eigenständiger... Ich bin bei Produktionsstätte wahr, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hinein schaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ich hab mich nämlich gerade gewundert, wieso hat er jetzt nichts mehr gelabert. Ich glaub, wir sind irgendwie rausgeflogen wegen Verbindung. Wir versuchen das die ganze Zeit. Naja. Okay, dann lass jetzt mal gucken. Was ist das hier, eine Ölraffinerie oder was? Sollen wir jetzt leise vorgehen oder ich weiß, dass wir gar nicht Gegner sind? Warte. Da oben ist ein Turm, der hat mich schon mal gesehen. Warte, ich kill den jetzt schon. Ja, super! Versuch sie nochmal mit einem Nahkampf. Na, du Wichser! Ne, warte, ich glaub... Ah, nein, nein, die haben wir uns noch nicht gesehen. Das ist, glaub ich, nur als eine Durchsage. Okay, erstmal markieren. Markier erstmal. So, einen hab ich auch mal. Du sollst markieren. So, dann lass mal gucken, was haben wir denn hier? Mann, Alter, ich... So, wo haben wir denn noch mal? Hier, Typ. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So. Wenn's laut ist... Ich weiß, warte mal. Hast du wirklich alles durchsucht? Alles? Ja, ja. Also, warte. Wenn's laut ist, mach ich... Den ersten an dem... So. Gut. Den nächsten, mach ich an dem Wachtturm. Hier ist doch nur noch der. Ach, hast du den anderen genommen? Ja. Oh. Haha. Ich dachte, wir könnten beide gleichzeitig weise. Dann los. Auf geht's! Auf geht's! Auf! Da kann man doch nur mal so runterspringen. Trotzdem, sei noch ein bisschen leiser. Wissen ja nicht, ob da noch welche sind. Warte, was war das? Was war das? Was war das? Ich mach einen auf Rambo. Oh. Oh. Irgendjemand hat hier noch gelabert. Hä? Wer ist da oder? Zwei labern hier. Was ist das? Hier, da ist einer drin. Kann man die nicht... Alter, alter, fuck! Also, okay, nahe Kampf vorne kann man nicht machen. Wichser. Au, 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 au. Kann ich nicht hier hin? Au, 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 ich bin am Boden zerstört. Das verrecken wir, Junge. Ah, Junge. Wie du aggressiv bist. Ja, was bist du denn so schlecht? Was willst du denn, ey? Ich hätte da... Wenn ich jetzt da hier... Dich am retten gewesen wäre, hätte ich da eine auf Rambo gemacht. Halt's Maul! Du schießt ihn da oben ab. Nee, ich versuch den jetzt mal so. Der kommt runter, was? Der kommt runter gerannt. Willste? Markier die mal. Markier die mal. Ja, warte. Ich will erstmal hier... Looten und leveln. Das muss drin sein. Im Spiel. So, okay. Ich markier die jetzt mal hier. Alter, spreche du nicht. Übertreib doch nicht. Was denn? Was markierst du dir denn alle schon? So, ich nehme wieder den vorderen Posten. Du schießt ohne ein Dings. Ja, genau. Scheiß drauf. Die Leute wollen Action sehen in den Videos. Warte, den hab ich. Hab ich. Ja, da war einer mit dem G. Bleib mal hier, Junge. Alter, ich krieg den nicht! Und weg. Sind noch welche da? Ich weiß nicht. Also einer hat sich irgendwo versteckt. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob da noch welche sind. Mhm. Hab einen. Dann komm ich mal vorbei, ne? Dann komm ich mal vorbei, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall Hakenkreuz. Siehst du schon an dem Adler? Das ist eigentlich Hakenkreuz. Zeig. Ja. Hundertprozentig, kannst du mir nicht erzählen. Hier ist ein Goldbarren. Nice. Hast du den auch gesehen jetzt? Ne? Nein. Nein. Dass du da drauf scharf bist. Ja. Hakenkreuz zu sehen, ey. Das ist ja... Ne, das ist jetzt nicht. Warte, hier hat mich einer gesehen. Ich weiß. Was? Hast du schon getötet? Ne, ne? Nein. Und tschüss. Hältst du eigentlich dann immer die Luft an? Nein. Schießt einfach so drauf los. Ja. Hilfe. Ich stoppe in das Maul. Ich stoppe dir persönlich das Maul. Aua. Alter, ich hab den gar nicht gesehen. Du Wichser, ey. Ohne in die Fresse, Junge. Jetzt bleib bloß am Leben, Junge. Hm. Ich erwisch den nicht. Was killst du eigentlich meine Kills? Ich kill gar nix. Ach, kenn ich die als oder was? Ja. Hallo. Nein, nicht die Leiche ausgeben. Genau. Help, meine Feind, ey. Alles klar. Wir liegen hier. Ich liegt kurz so gut. Liegt die Erde hier? Das muss drin sein. Im Spiel. Mit schlechter Garry, guten Gameplay für mich noch ein guter Deal. Die ist ein Goldbarren. Junge, jetzt hast du schon wieder meine Dreckswaffe aufgehoben, du Wichser. Warte auf Spieler. Was? Wie warte auf Spieler? Stand da. Ich hab auf Privat gestellt. Ach so. Damit es weiter geht. Was war das? Was war das? So. Du hast schon wieder meine Thompson einfach aufgehoben. Sag mal, schämst du dich nicht? Kann nicht. Darf nicht. Ich mach jetzt hier einfach einen aufs Nose-Scope, Alter, ey. Ich bin ein geborener Sniper hier. Geht's denn hier lang? Wir rennen hier einfach rein. Geht's denn? Geht's denn? Geht's denn? Geht's denn? Geht's denn? Ich weiß nicht. Die Thompson spread ein bisschen, oder? Lol. Ein Gegner ist einfach vor mir gespawnt. Man hat's voll gesehen. Du bist ja auch, ähm, ein Sniper und kein, äh, Soldat, ne? Also kein Kämpfer. Kein, kein Sniper. Kein Sniper. Äh, Soldatenkämpfer, ja. Soldatenkämpfer, genau. Wieso? Ich hab jetzt eine unsichtbare Waffe in der Hand. Genau. Warum nicht? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nee, warte, ich kann dir jetzt nicht helfen. Hey, John. Bist du nur noch am Leben? Zwei mit einer. Was? Einer hat eine Granate geworfen, oder irgendwas? Ich bin tot. Ja, genau. Genau, Flo! Ja, Nico. Penner. Bist doch genauso schlecht. Ja, mein, was sogar kann ich dagegen tun? Wenn mir einer mit einer Granate rein die Fresse haut. Junge. Wie schlecht kann man denn sein, Junge? Jetzt, guck doch mal nach hinten. Da kommen ganz viele angerannt. Da vorne aber genau aus. Ja, einer vorne, einer hinten. Fertig, aus Ende. Ja, also, hab's mal gemacht. Aber du scheinst es ja nicht für ordnungsgemäß zu halten, wenn man anständig Rückendeckung zu geben. Siehst du? Genau das passiert. Wichser, Alter. Ich komme mit euch alleine da rum. Oh, Junge. Wie schlecht bist du denn, Mann. Oh, ne. Das kann einer wirklich behaupten, wenn man wirklich gut ist. Ja, aber du. Ach, aber du. Mit deinem 7, 40 Abonnenten. Ey. Besser als deine Abonnenten. Ach, meinst du, ich mache noch nie YouTube-Videos? Nee, deswegen ja. Wenn du, äh, berühmt sein willst jetzt noch. Ich will nicht berühmt werden. Dann musst du aber Prank-Videos machen, weil die sind momentan richtig gehypt. Was sind denn Prank-Videos? Du weißt nicht, was Prank-Videos sind. Ei, ei, ei. Müssen wir jetzt nicht irgendwie raus oder so? Ja. Wie wär's jetzt mal, wenn du die ganzen looten würdest? Ach, was zu looten. Wofür? Ich mache es. Nee, ich mache es, Mami. Dann kommen wir später nicht an und so... Uuuuuh, wir brauchen was! Looten und Leveln. Das muss immer drin sein, in dem Spiel! Mhm. Mhm. Siehst du, jetzt haust du hier wieder ab, Alter? So viel zum Thema Koop, ne? Ja, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich verlaufe mich hier, Junge. Werden wir das dann zusammen herausfinden? Wo bist du denn überhaupt? Wo bist du denn überhaupt? Weit, weit weg. Platzieren sie Sprenglangen rund um die Anlage. Ja, noch einen müssen wir legen. Hm. Ach, Flo, ey. Keine Ahnung. Ich muss immer die ganze Scheiße hier machen. Sag mir, der dir die ganze Zeit verreckt, weißt du? Ja, du doch genauso. Also, halt's im Maul. Gib mir Rühndeckung, ich lade nach! Und das macht der natürlich nicht! Genau, Flo! Teamarbeit und so! Ich kam von hinten, Junge! Alter, komm, verpiss dich, Alter! Wie der da sitzt, Junge! Du bist so schlecht, Junge! So schlecht! Einfach nur! Das kannst du eigentlich, Junge! Nee, ich will schon meine Thompson gern behalten. Also, ich... Also, ich... Ich hab jetzt schon so viel Position gesammelt mit der MP40. Also, ich brauch jetzt eigentlich die nur noch. Wo müssen wir denn hin? Hier hin! Oh, warte auf, Spieler, Junge! Ja, warte auf mich! Du kannst es einfach nicht! Du kannst nicht! Du kannst es nicht! Na, aber du... Ja, komm mal schnell! Komm mal ran! Nee! Das Spiel haben wir ganz schnell durchgespielt, hab ich das Gefühl! Sechs Stunden dauert das! Die Wissenschaftler waren unerfindbar, aber ich suchte weiter in der Hoffnung einen Anhaltspunkt zu finden! Und du verschwindest sofort! Dieser Bastard schweigert uns alle verraten! Wir haben hier bei dem Versuch erwischt, den Amerikaner direkt. Der Schafstütze! Er ist es! Er ist hier! Genau und sofort kommen die alle! und schuss und tod und schuss und tod und fast was jetzt gar ganz hinten jetzt kommt er nach vorne meine meine ja ja jetzt explodiert ja alles junge wieder schon wieder voraus rennt muss ich das jetzt hält mir doch mal Arman was ist denn los mit ihr jetzt kommt doch mal der gibt mir anständige Rückendeckung hier ich bin gleich tot alle lehren mehr ohne oder lehren auch in der Ort jetzt helfe doch mal ah also ich bin tot Oh Junge, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Was rushst du denn eigentlich vor, Junge? Können wir nicht mal ne Absprache halten, so? So, jetzt können wir die ganze Scheiße nochmal machen, nur wegen dir, Mann, ey. Jetzt lass doch erstmal alle abschießen. So, der schreibt gleich wieder um Hilfe. Warum hast du den abgeknallt? Ja, warum denn nicht? Jetzt lass den erst mal am Leben, den Wichser da. Guck, der hilft den jetzt hoch, jetzt haben wir zwei mit einer Klappe!